Hi zusammen, heute ist unser letzter Tag, wir gehen ein bisschen weg. Der Waldet hat mich darum gebeten, hier ein bisschen aufzunehmen. Ich erkläre auch gleich mal, was mit Gitti jetzt war zum Schluss. Achso, ja, der Penner hat dem Waldet natürlich das restliche Geld nicht zurückgegeben, was hier eigentlich auch recht normal ist, dass die Tais irgendwie Geld nie zurückgeben. Was hat er als Grund genannt, so ein Scheiß? Ach, der hat einfach irgendwas Zeug gelabert und war der Meinung, er muss ihm nicht das Geld zurückgeben, obwohl wir kein einziges Mal, ein einziges Mal haben wir da trainiert. Dieser beschissene Saftladen voller Ausländer, da kann man gerade irgendwo in Europa trainieren. Oder in England von mir aus. Ja, weil jetzt letzter Tag, wir gehen ein bisschen weg. Morgen ist mein freier Tag, dann habe ich noch den Montag zum Trainieren. Montag um 11 Uhr nachts fliege ich dann auch nach Deutschland. Ich bin super fit, mein Gewicht macht mir Probleme. Ich hoffe, ich kriege das bis zum Samstag hin und wir sehen uns. Bye.